Musik Ostern, das heißt auf den Philippinen sich zu freuen und die österlichen Geheimnisse zu feiern. Bewegt zu sein durch das Leiden und den Tod unseres Herrn bis zu seiner Auferstehung. Papst Franziskus hat uns oft daran erinnert, nicht nur Fastenchristen, sondern Osterchristen zu sein, dass wir die Freude von Ostern leben sollen. Seine Botschaft auf der Philippinenreise war, dass Barmherzigkeit und Mitleid die zentralen Botschaften des Christentums sind. Diese Barmherzigkeit und dieses Mitleid unseres Herrn miteinander zu teilen. Nicht zu verurteilen und nicht die Nöte der Armen um uns herum zu vergessen. Denn die Barmherzigkeit und das Mitleid unseres Herrn ist der Weg, der uns zeigt, was uns alles verbindet, als Empfänger seiner Gnade. Und dass wir uns selbst zum Instrument dieser Gnade für unsere Mitmenschen machen lassen. So wünsche ich, dass uns diese Osterfreude in der Gnade unseres Herrn durch das ganze restliche Jahr begleitet. Frohe Ostern Ihnen allen in Deutschland!